Hallo und herzlich willkommen zurück in der allerschönsten Tankstelle im kompletten Universum. Ja, Ricardo ist wieder an der Kasse, wir haben noch einiges zu streichen. Unser Pirat rennt hier durch die Gegend, weil er so im Putzrausch ist. Der will einfach die Tankstelle zum Glänzen bringen, der Mann ist einfach super. Ja, hier ist auch richtig viel los, wie ihr seht. Und wir hatten ein paar Sachen bestellt und ich würde sagen, wir gehen erstmal Richtung Lager. Bevor unsere Regale leer werden, aber ich glaube, wir haben auch gar nicht so viele Snacks bestellt gehabt. Haben wir überhaupt Snacks bestellt? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, böse Tür. Was macht der hier? Ach, der räumt die Sachen weg. Ja, das ist cool. Das, der Pirat ist der Wahnsinn. Guter Pirat, guter Pirat. Ja, unsere Regale sind echt ziemlich leer im Lager. Ich glaube, wir müssen dann noch so einiges nachbestellen. Wir haben auch gerade wieder ein bisschen Geld zur Verfügung, aber ich glaube, wir brauchen auch gleich schon wieder Kraftstoff, weil da ist ja auch die Hölle los. Und stimmt, es ist ja gerade gar keiner am Kraftstoff. Ist Juan schon ausgeruht? Ja, Juan ist schon wieder startklar. Der Mann braucht einfach keine Pause. Der braucht keine Pause. Wahnsinn, der Typ. So, der LKW ist aufweg. Wir machen wieder zu. Vielleicht tut unser Pirat ja wirklich alles wegräumen, die ganzen Paletten. Und der Pirat wäre beinahe gestorben. Sehr schön. Das läuft ja. So, jetzt haben wir ein paar Blüschtiere bestellt und man sieht sie einfach kaum, weil das Regal so groß ist. Ja, Kunden sind auch zufrieden mit Riccardo. Das ist, das freut mich. Äh, Pirat? Wo ist Pirat? Vielleicht sollte er auch hier ein bisschen wieder mal fegen. So, Eisvorrat ist auch wieder da. Ja, da hätte ich auch irgendwann gerne ein großes Regal. Aber das passt wahrscheinlich nicht hin. Hm, dann lassen wir es am besten so. Bevor es noch Probleme gibt. Ja, wir hatten Autosachen bestellt. Machen wir erstmal ein Regal voll. Und dann der Rest ins nächste. Willy Wonka Brillen haben wir noch ein paar, aber ein bisschen mehr Auswahl wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Wir brauchen auch wieder Softdrinks. Aluhüte haben wir noch. Und wir brauchen jetzt eigentlich alle möglichen Snacks. Sonst sind unsere Regale leer. Und wir haben nichts mehr da. So, wie sieht der Platz aus? Der Platz geht eigentlich. Dann können wir ja noch ein paar Brillen mit bestellen. 602 Dollar. Wir haben noch ein bisschen was. Und Platz haben wir natürlich auch. Teddybären. Wir hatten jetzt... Wir bestellen mal ein bisschen Vampik. Ja, das passt geltlich auch. Und normalen Teddybär. Ja, dann... Gebäck haben wir, glaube ich, noch. Spielzeuge. Hatten wir, glaube ich, noch gar kein Regal besorgt. Müssten wir dann auch mal schauen. Aber erstmal wird jetzt das Teddybär-Regal gefüllt. Da hatte ich ja, glaube ich, noch kein Regal. Ne. Wir haben nur noch einen kleinen Essensstand übrig. Warum auch immer. Softdrinks habe ich jetzt vergessen. Und Kraftstoff. Wie sieht es damit eigentlich aus? Und das wird auch Zeit, dass es aufgefüllt wird. Lieferung, Kraftstoffvorrat. Wir haben... Wir brauchen unbedingt... Ja, da müssen wir auch noch streichen. Und die Fassade wollten wir auch noch streichen. Hm. So viel zu streichen. Also ran an den Speck. Das ist da oben auch schon mitgestrichen. Und da ist auch schon mitgestrichen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Stimmt, die Holzbalken müssten wir ja auch noch streichen. Die hatten wir ja auch ein bisschen brauner gemacht. Und bevor der Kraftstoff ausgeht... Ist der LKW schon da? Ne, der ist noch nicht da. Der kommt aber gerade angefahren. Das ist gut. Dann gehen wir gerade nach hinten. Machen das Lager auf. Lassen den schon mal reinfahren. Und gehen dann erstmal zum Kraftstoff. Er ist ja immer noch nicht da. Der lässt sich wieder Zeit. Ja. Jetzt ist es wieder soweit. Wir haben wieder keinen Kraftstoff. Aber der Pirat ist wieder da. Der hat wieder Dinge vor. Der Pirat hat wieder Dinge geplant. Tatsächlich, der räumt die Paletten weg. Der ist echt. Der ist gut. Der ist gut. Guter Mann. Richtig guter Mann. So, das ist jetzt auch ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und hier ist auch Chaos ausgebrochen. Haben wir noch jemanden parat? Einer ist noch parat. Beziehungsweise fast ausgeruht. Fast ausgeruht reicht mir aber gerade. Riccardo braucht noch Pause. Juan will Geld haben. Und der will an die Kasse gehen. Unbedingt. Riccardo braucht noch Pause. Aber den könnte ich eigentlich schon mal bezahlen. Ja. Pirat braucht Pause. Er kriegt auch sein Geld. Soll sehen, dass er hier fair bezahlt wird. Okay. Fair war es nicht wirklich. 26 Dollar für einen ganzen Tag putzen. Ja, fair ist was anderes. Charlotte repariert noch fleißig. Und ich würde sagen, schnapp mir den Besen. Solange Pirat Pause macht. Ähm, ja. Unbedingt auffüllen. So, hier haben wir Kreis. Hatten wir Chips bestellt. Da klar haben wir Chips bestellt. Aber ist alles zu wenig. Wir müssen von allen mehr bestellen. Die Kunden haben so Bock auf unsere Waren. Ah, Softdrinks. Wird auch nötig. Und die ganzen Stofftiere sind schon wieder fast weg. Ihr seid ja verrückt. Die sind ja echt verrückt. Ja, wir brauchen Softdrinks. Mischen wir mal wieder ein bisschen durch. 204 Dollar. Wir haben 440. Dann brauchen wir ja noch die anderen Snacks. Weil ja alles ein bisschen knapp ist momentan. 419. Ist noch Platz im Lager. Das ist gut. Ist bestellt. Eis ist auch schon wieder weniger geworden. Wir tanken mal schnell. Weil ich glaube ich aktuell keinen damit beauftragt habe. Ja, die haben alle fast Pause. Dann übernehmen wir das schnell. Der magische Wunderbesen wird wieder benötigt. Achso. Die Gebäckssachen sind auch schon fast weg. Also gibt es Kekse. Hier ist noch. Hier ist noch ganz viel Schmutz. Ich hätte nicht gedacht, dass die Teddybären so gefragt sind. Hätte ich echt nicht gedacht. Ja, wir waren am streichen. Hier die Ecke müssen wir noch unbedingt ein bisschen streichen. Weil sonst passt es ja nicht zum Gesamtbild. Aber momentan sieht unsere Tankstelle ja eh ein bisschen gefleckt aus. Das war klar. Und magischer Besen. Ja, sieht doch schon gar nicht mehr so übel aus. Ja, ich würde sagen, von vorne brauchen wir gar nicht weiter streichen. Weil so schlimm sieht der Unterschied noch nicht aus zwischen den zwei Weißtönen. Kann man meiner Meinung nach erstmal so lassen. Aber hier hinten, da sieht man den Übergang doch hart. Das sieht nicht schön aus. Ja, ich bin gerade am überlegen, ob wir dann erstmal den Onkel bezahlen. Oder ob wir weiter in unsere Tankstelle investieren. Also noch die WCs ausbauen und schauen, was noch alles ausgebaut werden kann. Und dann erst den Onkel bezahlen. Oder ob wir erstmal die Aufgabe erledigen. Und dann so nach und nach noch Aufgaben erledigen. Also Sachen erledigen. Dazu kaufen. Schöner machen. Hm. Hatten wir die Bollys aufgefüllt? Nee, hatten wir nicht. Und die füllen wir auch noch auf. Und denen haben wir noch 44 jetzt übrig. Und unsere Lieferung ist ja auch schon angekommen. Hereinspaziert. Wir müssten ja theoretisch noch die Werkstatt ausbauen können und das Lager. Und wir können ja gleich mal gucken, wie viel es kostet. Oder was man dafür alles braucht. Ich meine, wir bräuchten theoretisch gerade kein größeres Lager, weil wir haben eh nicht genug Geld, um Sachen zu bestellen. Aber gut. Ich sehe gerade Pirat und, ähm, ist das Riccardo? Ich glaube, Riccardo sind ausgeruht. Oder ist das Rohr an? Riccardo ist ausgeruht. Und dann kann ja einer von euch bitte wieder tanken gehen. Und der Pirat, der könnte ja auch mal wieder was machen. Und zwar, wollen wir den wieder putzen lassen? Nein, nein. Er geht jetzt mal in die Werkstatt. Er geht in die Werkstatt. Charlotte darf dann mal putzen, wenn sie ausgeruht ist. Aber sie kriegt schon mal ihr Geld. Dann ist sie glücklich. Arr. Das erledigen wir gerade. Wir wollen ja keine negativen Bewertungen wieder einfangen. Und der ist auch voll. Ei, ei, ei. Ups. Kann man das denn auf die Ladefläche schmeißen? Schade. Wäre ein günstiger Weg gewesen, den Müll loszuwerden. Ja, wir schauen gerade mal. Also unsere Werkstatt ist erst auf Level 3. Da müsste ja noch einiges möglich sein, oder? Ja, man kann noch leveln. Aber man kann auch Zündkerzen anscheinend austauschen. Und kann man sehen, was das alles bedeuten soll. Also Reifen. Das bestimmt Kratzer entfernen. Spiegel, Öl, Batterie. Würde ich jetzt auf Zündkerze tippen. Frostschutzmittel oder so. Für Scheibenwischanlage. Oder Kühler. Keine Ahnung. Sieht aus wie so eine Schneeflocke drauf. Also da müsste auch noch einiges gehen. Und zum Warenhaus kann man wahrscheinlich noch größer machen, dass man mehr auf einmal bestellen kann. Aber wir haben ja momentan eh kein Geld. Und was ist hier noch so machbar? Parkplatz. Noch ein Parkplatz mehr. Dann könnte man natürlich mehr Geld verdienen. Aber die Regale wären auch ständig leer wahrscheinlich. Fynn hat alles Vor- und Nachteile. Ich find's immer noch cool, wie die sich beschweren bei Regalen, wenn ein Produkt nicht drin liegt, aber ein komplettes Regal voll dasteht. So, dann füllen wir hier auch noch mal auf. Alkoholmäßig haben wir auch noch was auf Lager. Können wir auch hier noch reinstellen. Zeitungen. Wir brauchen Zeitungen. Brillen haben wir auch noch. Interessante da. Autozubehör. Wir haben diese orangen Flaschen, glaube ich, nicht mehr. Orange und, glaube ich, die eine war weiß. Wir schauen gerade mal. Autopflege, orange Flasche und das fehlt. Ich glaube, diese Sprühflaschen fehlen auch. Bin ich mir nicht richtig sicher, aber ich glaube ja. So, das bestellt. Dann bräuchten wir auch gleich bestimmt wieder Kraftstoff. Obwohl es noch 100 Liter sind noch da. 400. Ist gerade aktuell günstig. Ist das ein bisschen günstiger geworden. Also bestellen wir. Was man hat, hat man. So, wir müssen auch demnächst dann wieder mal Plüschtiere bestellen. Weil die sind ja der reinste Renner. Oh, und die Lieferung kommt ja eh gleich. Dann können wir eigentlich nach hinten gehen und können. Dann hatten wir jetzt schon jemand zum Putzen. Ne, Charlotte sollte ja, glaube ich, putzen. Also Charlotte, bitte die Tankstelle reinigen. Wir wollten hier ja eigentlich auch weiter streichen. Dass unsere Wohnung auch ein bisschen hübscher wird. Aber wir haben gar keine Türen in unserer Wohnung. Oder? Ne, da fehlt eine Tür und hier ist auch keine Tür. Hm. Bestimmt schön bei jedem Sandsturm. Dass ich erstmal den Sand von der Decke schütteln muss, wenn man schlafen will. Ich habe Sauerei gemacht. Aber kein Problem, unser magischer Wunderbesen kehrt ja alles weg. Und schon wieder. Ja, ich habe es heute nicht so. Mit Maussteuerung. Aber kein Fleck auf dem Boden. Ich würde auch sagen, unser ungeduldiger LKW-Fahrer ist auch schon wieder da. Der ist schon wieder am Start und reizt seine Hupe ein bisschen. Na klar ist er da. Na komm rein, dann kannst du rausgucken. Kraftstoff ist auch da. Deswegen ist vielleicht doch Mega Hupe. Wir sind halt auch irgendwie nicht fähig, außen rumzufahren. Das ist, ja. Schlaue Kunden haben wir. Ganz schlaue Kunden. Ja, Charlotte ist am Putzen. Scheint auch zu klappen. Wir haben keine Zigaretten mehr. Blüftiere hatten wir auch keine nachbestellt. Wir haben aber hier noch ein paar Donuts parat. Und wir hatten Softdrinks, glaube ich, bestellt. Ja, klar. Hatten wir. Und Autozubehör. Jetzt sind die Regale jetzt auch endlich mal gefüllt. Sehr schön. Hüte haben wir ja auch noch. Wir haben keine Hüte mehr. Okay, wir brauchen das nächste Mal unbedingt auch wieder Hüte. So. Das sieht auch gut aus. Getankt wird auch fleißig. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen da und vergesst nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Da würde ich gerne eigentlich das Spielzeugregal kaufen und unbedingt mal ein paar mehr Plüftiere bestellen. Weil das große Regal sieht ziemlich, ziemlich leer aus. Der Rest ist jetzt wieder ziemlich gefüllt. Ja, also geht's da weiter mit dem Spielzeug. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.